Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Es gibt Neuigkeiten in der Drogerie. Und zwar habe ich zwei wirklich krasse Limited Editions von Catrice von Purish zugeschickt bekommen. Die Sparks of Joy und die Pearl Glaze LE. Und da sind Schätzchen dabei, die ich so noch nie in der Drogerie gesehen habe. Und ich bin gespannt, wie die Produkte performen. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Wir haben viel vor und ich würde vorschlagen, wir springen direkt ins Video, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Falls ihr neu seid, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Hier verpasst ihr keine Drogerie-Neuheiten mehr. Es gibt mindestens drei Videos die Woche, ab und zu auch mal ein viertes oder vielleicht sogar ein fünftes in den nächsten Tagen. Heute haben wir aber wirklich viele spannende Produkte mit dabei. Ich zeige euch erstmal ein paar Produkte, die wir hier haben, die ich vielleicht nicht unbedingt in mein Gesicht mit reinkriege. Ich habe von Purish aber einen Rabattcode bekommen für euch. Den blende ich euch hier einmal mit ein, der gilt auf die Bundles. Also, falls euch was interessiert, schaut bei Purish vorbei. Da gibt es nämlich immer super, super coole Angebote. Und auch vielen Dank an Purish, dass ihr mir die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Ihr seht es, ich habe noch nicht so wirklich was im Gesicht, nur ein bisschen Skincare und ein bisschen Undereye Brightener unter den Augen. Es gibt in der Sparks of Joy RE drei Nagellacke. Erstmal, das Packaging ist ein neues, glaube ich. Das gab es so oft von Catrice noch nicht. Das ist in so einem quadratischen Flakon mit so einer goldenen Kugel oben drauf. Und wir haben einen goldenen, ich denke mal topper Shade, ein Knallrot und so ein richtig schönes weihnachtliches Grün. Ich vermute, dass aufgrund von meiner Kollektion übrigens, ihr kriegt meine Produkte auch noch bei Purish. Also, falls ihr noch nichts bekommen habt in der Drogerie, in den Drogerien sind sie jetzt nicht mehr oder sollten jetzt bald nicht mehr sein. Bei Purish findet ihr sie aber noch. Dass das alles jetzt so ein bisschen gestaut hat, weil natürlich meine jetzt da war. Und jetzt kommt die, die zeitgleich mit meiner kommen sollte. Und die Weihnachts-LE schon recht zeitgleich. Ihr findet sie, wie gesagt, aber bei Purish. Und wir haben eine Pearl-Palette oder aus der Pearl-Glaze-Kollektion. Dieses Schätzchen hier. Erstmal Packaging phänomenal. Also, das ist richtig dreidimensional. Die Perlen stehen so ein bisschen heraus. Man hat sehr schöne Hoptik. Die Palette selber hat einen Blashton und vier schimmernde Farben mit drin, die man, denke ich, perfekt als topper Shades benutzen kann. Ich glaube, dass wir diese Palette jetzt nicht unbedingt benutzen werden. Wobei vielleicht ein oder zwei Farben. Ich blende euch auf jeden Fall hier einmal Swatches der Produkte ein. Es gibt aber noch etwas anderes. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das gab es so, glaube ich, schon mal von Huda Beauty. Huda Beauty ist jetzt natürlich nicht in unserem Preisrahmen hier. Und deswegen hat Catrice den Pearly Highlighter oder den Highlighter Face Glaze Winter Wonder Pearls rausgebracht. Das ist so eine, ja, so eine durchsichtige Schicht. Und da drin sind diese Perlen. Das sieht auf den ersten Eindruck immer erst mal so ein bisschen so schwierig aus. Benutzen wir gleich. Dann gibt es Lippenstifte. Und das ist atemberaubend schön. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie es aussieht mit Blitz. Weil das Licht hier natürlich diesen Schein immer so ein bisschen rausnimmt. Das sind zwei Crystal Lipsticks. Swatch euch mal die Farben. Magic Moment 01. Ist so ein richtig schöner Pinkton, der super krass reflektiert. Und es gibt Kiss O'Clock. Der geht so ein bisschen ins Lider, ne? Und passt wirklich perfekt auch zu der Palette. Also wenn ihr auf schimmernde Farben steht, ich glaube, die kann man auch sehr, sehr gut als Blushes benutzen. Dann habt ihr da auf jeden Fall ein Highlight mit dabei. Ich will jetzt aber erst mal diesen Pearly Spaß probieren, weil... ...hab ich noch nie benutzt. Dafür höre ich euch ein Stückchen heran. Ich habe jetzt erst mal noch keine Foundation drauf. Einfach, weil ich sehen möchte, wie es aussieht, wenn ich nur mit dem Finger auf die Haut gehe. Da könnt ihr es sehen. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe hier einfach mal rein. Und da kommen auch schon die ersten Perlen, die da so mit rauspoppen. Jetzt ist er sehr silbrig. Hm. Ach krass. Ich nehme mal so ein bisschen von dem Roten noch mit rein. Man kann das ja auch so ein bisschen rausbröckeln. Tatsache sind die... Die Kugeln da drin sind pudrig. Und diese durchsichtige Schicht ist eher so ein bisschen gelartig, sodass ihr dann wie so ein Cream Blush habt. Also den kann man mit Sicherheit über der Foundation benutzen. Deswegen machen wir es gleich. Ich wollte es euch einfach nur einmal so schon zeigen. Sehr, sehr schön. Und das ist halt mal was anderes. Also wenn ihr wirklich Make-up liebt, weil es euch Spaß macht, kreativ damit zu arbeiten, dann sind diese Produkte gar nicht schlecht. Ich mache einmal ganz kurz meine Base und dann kommen wir zu den richtigen spannenden Produkten. Foundation ist drauf. Ich glaube, gerade habe ich nicht so das Bedürfnis nach Concealer. Irgendwie gefällt mir dieses Leichte ganz gut. Gut, es gibt in der Sparks of Joy LE diese Schützen hier. Das ist ein Blush Stick, der in so einem... Also man kann den an einen Weihnachtsbaum oder an einen Geschenk dranbinden. Kommt in der Farbe 01. All I want for Christmas is red. Das ist so ein Stick. Ich gebe mir den mal hier so ein bisschen auf den Handrücken. Oh ja, das ist ein richtig schöner dunkelroter Ton, was ich sehr, sehr gut finde, weil es sehr inklusive ist. Wenn ihr ein bisschen dunkler seid, dann könnte das eine sehr, sehr schöne Farbe für euch sein. Ansonsten mische ich mir den jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit rein. Und selbst ich kann den gut tragen. Der ist sehr, sehr pigmentiert. Das sieht man sofort und schmilzt direkt auf der Haut. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist den Ton als Blush auch auf den Lippen zu tragen. Das könnt ihr damit auch machen. Wir haben aber noch ein anderes Produkt für die Lippen gleich. Der schmilzt sehr, sehr schön an. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn man jetzt hier von diesem Glitter-Lipstick, diesen rosanen, nimmt und den selbst so ein bisschen hier mit rein tupft, dann habt ihr so einen richtig schönen pinken Blush-Lighter, der die Haut einfach zum Leuchten bringt. Brauchen wir noch hier von was? Dazu nehme ich den Letizan Maximum Brush, gehe hier so ein bisschen rein und tupfe das einfach hier auf die höchsten Punkte. Das funktioniert sehr gut ohne Foundation. Das habt ihr eben gesehen. Es funktioniert aber auch mit Foundation, was natürlich für viele, viel, viel wichtiger ist. Das war ehrlich gesagt so ein bisschen meine Angst, dass sich das irgendwie komisch verhält. Aber ihr seht es, es funktioniert. Die Haut ist am Glown und die Haut strahlt. Sehr spannendes Produkt. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich glaube, das ist etwas, wo man sich nicht sofort rantraut. Aber ihr habt wirklich schöne, verschiedene Farben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Produkt sagt. Okay, seid ihr bereit? Ich muss sie euch zeigen. Die Pearls of Joy, die Sparks of Joy Kollektion. Da sind zwölf Farben mehr drin und die schreien Herbst und Weihnachten. Wir haben richtig schöne, satt Terracotta-Orangetöne. So ein Petrolgrün, das so ein bisschen in diese Blaugrün Richtung geht. Also auch wieder passend zu dem Nagellack. Und die Color Story gefällt mir tatsache sehr, sehr gut, weil es einfach mal was anderes ist. Die meisten Weihnachts-LEs sind immer sehr gleich. So wir haben Rot, wir haben Schwarz, wir haben Gold, wir haben Silber und wir haben einen Grünton. Das ist aber so rund um die nächsten zwei, drei Monate tragbar. Und das finde ich sehr schön. Das Packaging ist sehr, sehr hochwertig. Es ist natürlich vegan und ist ein sehr, sehr festes. Also das ist zwar Kunststoff, aber das ist schon stabil. Wir starten mit einem fluffigen Blendepinsel und ich gehe hier in diesen Terracotta-Ton rein. Erstmal nur ganz, ganz leicht. Und den stempele ich mir jetzt schon mal hier so ein bisschen in die Lidfalte. Okay, da ist er. Auf jeden Fall. Meine Base ist so halbwegs fixiert. Und den blende ich mir richtig, richtig schön weit aus. Soll natürlich nur so ein bisschen die Transition Shade sein. Wir verdunkeln uns das Ganze natürlich auch gleich nochmal. Aber ich glaube, dass man mit diesen Farben sehr, sehr schöne Looks machen kann. Gerade wenn man eher auf diesem Monochrom-Look steht. Diese Farbe und vielleicht den passenden Schimmer dazu. Hier unten könnt ihr ihn sehen. Den dazu aufs bewegliche Lid. Und ihr habt einen fertigen Look. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß, bei vielen von euch ist es genauso wie bei mir. Wir lieben halt dieses Sammeln von den Limited Editions. Und wenn die dann auch noch gut sind, lieben wir. Und tüpfe mir jetzt den Ton hier. Der ist auch so in dem Rot. Aber hat also mini, mini, mini Mal Schimmer mit drin. Sodass man ihn kaum sieht. Und den stempel ich mir direkt hier in die Lidfalter. Sehr pigmentiert. Und dann nehme ich den Pinsel von eben und blende mir das Ganze aus. Also ihr seht, die Farben sind extrem pigmentiert. Passen farblich gut zusammen. Aber das ist ja das Schöne mittlerweile bei Catrice und auch bei Essence. Dass man sich darüber eigentlich keine Gedanken mehr machen muss. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass wir wirklich ein richtiges Flop-Produkt mit dabei hatten. Deswegen zeige ich euch. Mein Content hat sich ja auch dahingehend so ein bisschen verändert. Dass ich euch gar nicht mehr unbedingt zeige, das ist ein richtiger, richtiger Flop. Sondern es geht viel mehr um, was gibt es gerade. Dann zeige ich euch und ihr könnt entscheiden, ob euch das selbst interessiert. Sehr, 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 sehr schöne Farbkombi. Ich liebe es. Mit meinem Finger gehe ich jetzt in diesen Ton hier oben. Der ist sehr, sehr cremig. Und den tupfe ich mir jetzt erstmal hier ins Zentrum. Und nehme dann den Pinsel von eben und blende den so ein bisschen nach links und rechts aus. Dass der hellste Punkt direkt hier an der Pupille ist. I love it. I love it. Jetzt seht ihr es auch nochmal auf die Entfernung. Super pigmentiert. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht mit diesem Petrol an den unteren Wimpernkranz gehe. Uh. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das ist eine der besten Limited Edition Paletten von Catrice, die es dieses Jahr auf jeden Fall gab. Und wenn nicht sogar mehr als dieses Jahr. Ich will jetzt aber mal diesen roten Lippenstift probieren. Weil rot ist so ein Ding, ne? Ja, entweder es sieht gut aus oder es sieht nicht gut aus. Und wichtig ist, dass ein Blauanteil mit drin ist. Das ist die Farbe. Jetzt nicht drauf. Made in Poland. Ein sehr, sehr hot red. Wird jetzt wahrscheinlich sehr viel zu diesem Look sein. Aber es ist völlig egal, Freunde. Wir machen das, worauf wir Lust haben. Ich habe jetzt keine Lashes mehr raufgeklebt, sondern wirklich nur eine sehr intensive Mascara benutzt. Ich bin ein bisschen schock, weil das schon... Also, ich habe die Palette gesehen und dachte, ach, die ist ja ganz hübsch. Aber dass da so ein Look bei Rom kommt, damit habe ich nicht mitgerechnet. Fassen wir mal so ein bisschen zusammen, was wir haben. Lidschattenpalette aus der Sparks of Joy. 10 von 10, kann man nicht sagen. Also, ich glaube, das ist aus den L.E.s eine der besten. Die Sparkling Lipsticks. Du musst das mögen. Du kannst dir aber auch so ein bisschen hier rüber geben und hast dann nochmal so einen leichten Glitzereffekt. Als Blush funktionieren die sehr, sehr gut. Der Blushstick ist wirklich süß. Man kann ihn bestimmt auch weiter anders benutzen. Bei den Nagellacken habe ich persönlich jetzt keine Verwendung mit für gehabt. Aber hier war jetzt nichts mit dabei, wo ich sage, ich glaube, dass diese Palette hier wirklich nur was für Liebhaber ist, die auf diese krassen Töne stehen. Also, das ist ja schon... Das sind eher so Topper Shades. Damit kannst du andere Paletten erweitern. Trotzdem hübsch. Dieses Highlighter-Ding bin ich mir unsicher. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, wenn ihr Freunde von nicht so viel Make-up seid, also keine Foundation unbedingt tragt, sondern wirklich nur so einen Hauch an Bewegung mit im Gesicht haben wollt, dann könnte das was sein, weil das wirklich dieses natürliche, aber ein bisschen kühlere und glitzernde gibt. Sehr, 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 sehr schön. Es hat mir tatsache sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt gemerkt, ich liebe den Look und wir haben super schöne Produkte mit dabei gehabt. Schaut auf jeden Fall bei PureShot vorbei. Denkt an den Rabattcode, wenn ihr die Bundles haben wollt. Ich glaube, da kann man immer eine Menge mit sparen. Und das schützt natürlich auch kleine Firmen hier aus Deutschland gerne, wenn ihr online kauft. Meine Produkte findet ihr bei PureShot auch noch. Also wenn ihr in der Drogerie nichts mehr habt und ihr sagt, okay, das ist eure liebste Palette oder eure liebste Baked-Palette, nehmt noch ein paar mit. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart, Freunde. Ich hatte Freude und ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!